Wir müssen überlegen, wo wie viel Regen runtergekommen ist und wo man gleich in der hektischen Startphase besonders vorsichtig sein muss. Denn man möchte natürlich unter gar keinen Umständen die Autos von Beginn an in der ersten Rennung blicken rot geschaltet. Und wenn die Lichter ausgehen, dann ist der Start freigegeben. Wir schauen auf Luigi Sanko in der ersten Rennung. Wie der Schweizer den Startpunkt bekommt. Der Start ist mein Erkrein. Die Schmerzen kommt ganz rein weg. Er geht in den zu und der dritten Rennung blicken. Man muss einer Schmerzen anbekeln. Daher geht der Schmerzen vorhanden Platz 1. Luigi Sanko wird angriffen von Bassettos. Er geht außen herum mit der Regenlinie in Flühe. Das kannst du natürlich machen, wenn du auf diesen feuchten Futterungsbedienungen recht langsam unterwegs bist. Ausgang Mercedes Arena sind sich wiedereinig, uneinig gewesen. Daniel Hardon ist raus aus dem Rennen, der fährt hinter die Laufplanke unserer Spitzel noch zum ersten Mal. Aufstand und Ziel. Stocchi mittlerweile auf 2. Auf der E-Kasche kann deutlich verhoben werden. Das ist alles sehr wichtig. Na aus dem Mal im Oliquipitz, 56.7 für Ostoja Wischinski. Und Ortbauer von Lufmann für ein 18.7. Auch dort 2. Scheiße! Schon an Thomas Specker vorbei und auch die Lokalkung versucht, auf der Bremse mitzuziehen. So also geht Thomas Specker als Leidtragender aus diesem Angriffversuch heraus. Ostoyer Rischinski bleibt... Also... ...40, hauen das bitte ganz in dem Augenball. Keine Römer, dann geht es in der Römer, dann geht es um die Kugel zu verabschieden. Die Motorstecker sind dort, also die Bremse, die sich hier entdeckt hat. Und dann kann das alles auf der Bahn sehen. Und hier gibt es einen Einfrag für die Bahn, der Bremse, die Bremse und der Bremse. Das ist eine große Schöne, die Bremse und die Bremse. Und man kann hier auch nicht alle schwer sein. Wir sind sehr gefährlich, das geht auch nicht so gut. Man sieht nicht, wie ich auch nicht mag, man weiß, bis der Bahn kann nicht so gut verabschieden. Die Bremse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020